servus und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich hoffe euch geht es alle gut was machen wir heute wieder was neues wie mein e-scooter pimpt mein scooter das werdet ihr wahrscheinlich schon alle überall gesehen haben aber ich habe doch etwas anderes gekauft ich zeige es euch einmal einmal da die tasche ich hole euch mal anders her bis gleich so bestellt habe mir die tasche bei ebay ich verlinke euch das einmal in der beschreibung und das gute daran ist die anderen die müsst ihr alle immer da oben mit einem schnürfest machen da bei dem ist ganz einfach sagt und das ding ist draußen also ihr könnt das überall im mitten im sack das bleibt am roller dran hast du könnt mitnehmen perfekt die fit heißt es schauen wir mal rein das ist noch von meinem alten roller also hat man da noch nicht rein gemacht kann man immer brauche mit solar dann sind die zwei befestigungen dabei eine süße regenhaube das ding ist zwar eh schon wasserdicht aber naja und natürlich nur die schrauben zum festmachen das ist vom e-scooter die im busschlüssel habe ich mal so ein set gemacht da sind alle dabei was man braucht klein zack habt ihr immer ein bisserl werkzeug dabei super dann bauen wir das mal an also in die höhe möchte ich das ungefähr hin machen dass er mit dem licht und mit dem spiegel alles passt machen wir das fest einmal die finger aufmachen so glaube ich jetzt einfach so 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 Machen wir die zweite gleich durch. Das ist halt das Praktische an der Tasche, ihr könnt sie mitnehmen. Die anderen sind alle fest am Lenker verbaut. Das ist natürlich auch nicht so toll, sagen wir mal. Mal nicht ganz zuschrauben, weil wir erst die Tasche dann schauen, ob die Höhe passt. Ausrichten. So schaut das gut aus. Jetzt festschrauben. Perfekt. Passt. Wackelt in der Luft. Jetzt kannst du die Tasche einfach mitnehmen. Zack. Und hier unten ist. Und wieder einfach ran machen. Super. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ob euch das Video gefallen hat. Ein Like wäre natürlich auch super. Bis zum nächsten Mal. Ciao. flow. shuffle 跟 Untertitelung des ZDF für funk, 2017